Der Coin Analyst soll der Volksblumenberg der Krypto- und ICO-Szene werden. Das Schöne an Coin Analyst ist, es ist ein System, das nun nicht schläft. Coin Analyst ist es Realtime, er ist am Puls der Zeit. Für mich bedeutet Coin Analyst eine Erleichterung des Tradings und ganz wichtig, mehr Sicherheit beim Trading. Ich glaube, dass das Thema zunehmend gesellschaftsfähiger wird. Normalerweise muss man aufwendig nach Informationen suchen und eigentlich Parameter immer darauf achten, dass man nichts verpasst. Wir versuchen nicht nur eine Stimmung zu identifizieren, wir möchten identifizieren, wie die Emotion gerade ist. Denn eine Emotion hilft mir auch Hinweise zu geben, wo ist der neue heiße ICO, weil da Leute ganz aufgeregt sind, oder wo ist der nächste Betrug irgendwo. Aus meiner Sicht haben wir einen enormen Vorteil, was unsere Idee anbelangt, da wir einen Gründer im Team haben, der eine Technologie mitbringt. Die Korea-Technologie ist eine künstliche Intelligenz basierte Big Data Analytics Plattform mit einer Spezialisierung auf Textmining. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Kompetenz haben, große Volumen an Texten, egal wo sie sind. Also wir können sie aus den Social Media ziehen, aus den Online News oder von einer Firma intern, aus einer Datenbank. All diese Informationen können wir zusammenziehen und crawlen und aus diesen Datenmengen, riesen Volumen, schaffen wir es, die Goldnackels rauszuheben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das das Leben für viele Trader leichter machen wird und dass man da auf sehr viele Informationen zugreifen kann, für die man früher eine intensive Recherche gebraucht hat. Und durch die Informationen können die Trader intelligente und informierte Entscheidungen treffen. Und das schafft Entscheidungssicherheit. Wir sind mit CoinAnalyst am Puls der Zeit. Und das sage ich deswegen, weil ich denke, dass große Player wie Amazon darüber nachdenken, Kryptowährungen anzunehmen als Zahlungsmittel. Und ich glaube, wenn so ein großer Player darüber nachdenkt, das zu tun, dann ist das ein zukunftsfähiges Thema. Wir haben eine erprobte Technologie und ein starkes Team. Unterstützt uns bei unserem ICO. Danke.